Ich denke, es war intensiv für uns, klar. Die letzten Einheiten waren sehr, sehr hart und ich denke, das hat jeder gespürt, aber ich denke, wir können zufrieden sein mit dem 2-0. Spielerisch war klar noch Luft nach oben, aber ich denke, das werden wir über die nächsten Einheiten reinbekommen und wenn die Sicherheit dann da ist, dann kommt das auch von allein. Klar ist das Luft noch nach oben, aber gerade das zweite Tor war aus einem klaren Muster dann auch heraus, was uns wichtig ist, dann Dinge aufzulösen von hinten heraus und dann im richtigen Moment tief zu spielen. Da haben wir ein gutes Freilaufverhalten gehabt, dann auch ein guter Ball von Ronny Gabriel auf JP Matheta und hätten die eine oder andere Aktion mehr haben können, fußballerisch. Gegen Ball war es fleißig über weite Strecken und Elfmeter noch gehalten, zu Null gespielt, also von daher für den jetzigen Stand zufrieden mit dem Wissen, es geht immer besser. Also ich persönlich habe mich sehr gut gefühlt mit der Mannschaft. Ich denke, wir sind auch eine gute, kompakte Defensiv-Einhakt gewesen und ja, das muss unser Ziel sein, defensiv gut stehen, Umschaltfußball zu spielen, aber dann eben hinten raus auch noch Fußball zu spielen und ja, das kommt, denke ich, über die nächsten Wochen. Es war natürlich ein intensives Spiel gegen eine spielerisch gute Mannschaft. Spanische Mannschaften sind immer, denke ich, technisch versiert, hatten auch viel Ballbesitz, weil wir auch manchmal zu spät am Ball gekommen sind, aber trotzdem haben wir immer versucht zu pressen, was uns aber auch oft gelungen ist. Wir hatten schon ein paar intensive Tage, ist ja klar, auch die Beine waren, sag ich mal, ein bisschen müde, aber das soll natürlich nichts heißen. Aber ich denke, vom Spielerischen, was wir uns vorgenommen haben, konnten wir teilweise schon umsetzen. Gut.